Willkommen zu einem Short Review Spezial. Und zwar geht es immer noch um meine Collection, meine Transformers G1 Collection aus meiner Kindheit, mit der ich gespielt habe. Es war ein riesen Berg an Kartons, die ich ausgepackt habe, 15 Jahre lang verstaut und mit euch zusammen ja in mehreren Teilen angeschaut. Und viele der Figuren waren ja nicht vollständig. Hier zum Beispiel mein Powmaster Optimus Prime, es fehlen noch seine Waffen und auch sein Powmaster. Viele dieser Ersatzteile oder dieser Teile, die lose waren bei den Figuren, habe ich in diese Box getan. Eigentlich hatte ich erst überlegt, die auszulassen, die Zubehörbox, die ist auch randvoll. Aber ich hätte mir gedacht, warum nicht auch mit euch zusammen diese Box anzuschauen. Einfach mal ein bisschen zu gucken, was es so an Zubehör gab und wie es aussieht. Ja, und darum soll es jetzt gehen. So, dann schütten wir mal diese Box vorsichtig aus. So, ihr seht richtig viel Material. Ich werde es natürlich wieder verstauen, weil ich muss stückchenweise die Figuren eben halt wieder zusammenbauen und zusammensetzen. Und deswegen werde ich jetzt hier einfach mal so ein bisschen rumwühlen, so ein bisschen gucken, bis ihr mich erinnert. Ich sehe, hier sind auch Figuren zwischen. Und die nehmen wir einfach mal raus. Hier habe ich ja auch noch mal einen Transformer. Das ist auch einer aus der Robots in Disguise Serie. Ein kleiner Rennwagen. Die stellen wir mal hier hinten in die Ecke. Und wie gesagt, hier ist sehr, sehr viel zu. Hier kommt noch ein weiterer Robots in Disguise. Rennwagen. So, nehmen wir mal einfach, wandeln wir mal als Roboter, damit man die besser zeigen kann. Irgendwie klemmt gerade der Arm. So, das ist so ein richtiger Bulli. Einer aus. Kann man gut sehen hoffentlich. Ein bisschen zurück. So. Kleiner. Da ist auch Robots in Disguise. So, was haben wir hier noch? Hm. Das ist der Rückenpanzer von dem Anführer der Seacons. Oh ja, hier haben wir Powermaster Optimus Prime. Ich sagte ja, Ersatzteile, beziehungsweise Teile, die zu ihm gehören, sind hier drin, muss ich auch zusammensortieren. Und da finde ich bestimmt ein paar. Und ich werde mal ein bisschen speziell rausgreifen. Hier haben wir eine von seinen Waffen von Powermaster Optimus Prime. So, was habe ich denn noch? Hier ist zum Beispiel von Ornslaut die Kanone. Um Anführer der Combatacons. Das hier zum Beispiel und auch das hier sind Rückenkanonen von den Stanticans. Die gehört zu Breakdown. Ja, wahnsinnig nettes Gimmick, was dabei war. Kam nie im Film vor oder in der Serie, aber nett. Packe ich mir jetzt einfach weg. Und hier sehe ich schon die zweite Powermaster Optimus Prime Waffe. Gehe ich mir auch zur Seite. Von Ornslaut mal hier rüber. Was haben wir hier noch? Das gehört zu Metroplex. Den werde ich natürlich auch kombinieren. Das ist auch ein Metroplex Teil. Und auch das. Das ist dann so ein bisschen ein Turm. Aber auch gleichzeitig, wie man sieht, ein Panzer. Da fehlt die Kanone. Nee, da fehlt sie nicht. Aber ihr seht, auch hier angelaufen durch die Zeit. So, und da haben wir ihn. Und hier seht ihr wieder ein Autobot Logo. Das gehört nicht original da drauf. Das habe ich eben vom Sticker-Cheat. Die Sticker-Cheats sind ja die Aufkleberbögen, die bei jeder Figur, bei jeder Boxfigur meistens dabei waren. Gut, bei auch meinen einigen kleinen Figuren gab es so ein paar Sticker-Cheats. Und da ist eben neben dem Transformers Titel ein Logo, entweder Autobot oder Decepticon, je nach Charakter gewesen. Und ich kam auf die Idee, irgendwann diese auszuschneiden und als Logo zu benutzen für meine Figuren. Und es sieht doch geil aus. Oder? Was sagt ihr? So, den stellen wir auch mal hier vorne hin. So, das werdet ihr nicht kennen. Es ist ein Motor. Ich habe ihn, ja, eigentlich ist er Silber. Ich habe ihn mit einem Gold-Edding mal ein bisschen angemalt. Äh, ja. Ups. Woh, fällt runter. Dass er angemalt ist, liegt daran, als, so in den, das ist um die 80er geschehen, Da war gerade neu, die Gold-, äh, oder waren neu die Gold- und Silberstifte von Edding. Die waren so genial neu, dass wir sie in der Schule immer hatten und wir haben alles bemalt damit. Also ich habe einen Ordner gehabt, da habe ich dann meine Werner-Malereien drauf gehabt und so weiter. Und ich habe auch zig Sachen angemalt damit, gebe ich ehrlich zu. Ähm, auch Toys. Und das hier, ähm, ja, ist ein Motor von der Captain Future Comet. Ja, das habe ich auch. Die habe ich auch, ähm, das habe ich mehrfach, weil ich habe die Figur, oder hatte die, ja, die Future Comet mehrfach, ja, weil man sie auch zerspielt hat. Mittlerweile steht sie fast vollständig wieder bei mir auf dem Regal. Ist auch vielleicht nochmal was für ein anderes Video. Wir finden nur noch die Protonen-Kanonen, diese jetzt abschießbaren Torpedos, die habe ich leider nicht mehr. So, den legen wir auch mal extra hin. So, was haben wir denn noch hier? Das ist der Brustpanzer von Superion. Hier seht ihr, das sind die beiden Power Master Optimus Prime Kanonen. Und, seht ihr diese Computer? Äh, ja, sind die natürlich selbst gemalt, seht ihr auch. Das war so meine Idee, weil der Power Master, ich habe hier vielleicht einen, ja, das ist jetzt, ich weiß jetzt nicht zu wem, aber die konnte man ja hier, ja, wie kann man das sagen, raufstellen, rauf sitzen, konnte man das nicht wirklich. Weil die, nein, nicht nach vorne zu knicken waren, die Füße. Ähm, das war so als Kanone gedacht. Ich weiß auch nicht, wie die sich das gedacht haben, weil Figuren, die konnten damals nicht die Füße knicken zum Sitzen. Und, ich dachte mir nur, mit Computer sieht das geiler aus. Und das, ich habe halt damit gespielt, das darf man immer nicht vergessen, ich habe damit gespielt. Und deswegen habe ich eben halt die Kanonen besser, oder dann eben halt, weil es ja eben halt eine Battlestation ist, dass man damit Steuergeräte hat. So, auf hier hin. Hier habe ich eine Rampe, die gehört zu, ähm, Silverbolt. Silverbolt ist der Anführer der Aerobuds. Auch dieser hat ein Zusatzgimmick gehabt, der konnte sich sozusagen als kleine Station verwandeln. Da wurde dann diese Rampe rangehängt für ein Auto. Ja, ob es so toll war, sei dahingestellt, aber war halt witzig. So, hier sehe ich eine Kanone, das ist also einmal die Götze Double Dealer, das ist einmal dann so schön die Rakete. Kann man hier kombinieren, wenn es funktioniert. Das ist immer so. Jetzt möchte man ein bisschen vorsichtiger sein, ne, es klappt, so ist die Rakete. Die wird dann oben drauf gesteckt, beziehungsweise aufs Fahrzeug. Auch sehr, sehr cool. So, was haben wir denn hier weiter? Noch ein Auto, der gehört zu Metroplex. Ein Arm fehlt noch, der wird sicherlich hier irgendwo zwischen sein. Also, nein, das ist eine Pistole. Sehe ich ihn hier, irgendwas Schwarzes. Es ist viel schwarz hier zwischen. Gut, muss er halt armlos erstmal noch eine Zeit lang rumliegen. Hier habe ich einen Schlauch und noch einen Schlauch, der ist sogar noch original gedreht. Das sind die Schläuche von meinem Optimus Prime Trailer. Da war diese Schweiß, im Endeffekt sieht der aus wie so ein Tank-Einführstutzen und da war daran verbunden. Also, ich lege das auch mal hier hin. Nehme ich eine Tüte mit irgendeinem Teil, was ich nicht weiß, was es ist. Schöne Kanone. Auch eine Kanone könnte von einem Dinobut, eine Schulterkanone sein. Das ist von einer Micromaster Station und dazu gehören auch diese ganzen Brückenteile sozusagen oder Fahrzeugteile. Das sind Rampen, die gehören alle da irgendwie zu. Hier ist nochmal was von einem Combiner, die Füße. Ehrlich gesagt, muss ich gerade überlegen, welcher das war. Welcher war blau. Ne, das ist Menasor. Menasor. Wir hatten ja einige, aber Menasor hatten wir nicht dabei. Genauso wie hier. Das ist der Brustpanzer von Hunger, beziehungsweise von Abominus, von den Terracorns. Und er konnte auch in die Hand genommen werden als Schild. Hier sieht man, das ist so ein Haken. Also absolut kultig. Bisschen verdreckt. So, das hier ist ein kleines Auto. Hatte nie eine Funktion, außer dass es dekomäßig schön sah auf dem Brustpanzer von Menasor, von den Stantecarns. Auch der Beckenbereich von Menasor. Man muss halt die Figuren so ein bisschen anstecken, damit die besser sind. Hier nochmal zwei Kanonen von Stantecarns. Und ihr seht, es lichtet sich so langsam. Eine schöne Faust. Und da ist noch eine Faust. Die gehört zu Metroplex. Metroplex. Eine Radarschlüssel. Diese gehört zu dem Hubschrauber von dem Micromaster. Eine weitere Rückenkanone von einem Stantecarns. Das müsste die von Dragstrip sein. So, hier sehe ich, das ist eine Waffe. Hier gibt noch die zweite Waffe. Da ist sie. Das sind die Waffen von Twin Twist und Topspin. Die habe ich auch noch zur Seite. Hier haben wir Blasters Waffe. Ja, wie gesagt, hier habe ich einen für den Motormaster. Welcher auch immer. So, ihr seht hier. Ein Haken. Der gehört zu meinem Diaclon Optimus Prime. Zur Station. Und hier habe ich ein Gesicht. Und das habe ich, glaube ich, in irgendeine Maske gepresst. Weil die Gesichter von den Combaticar- oder von den größeren Combinern, ich glaube, das war zu Menessor, die sahen nicht wirklich so aus wie im Film. Und da habe ich mir so kleine Masken gebaut für. Die konnte ich dann so reinklemmen. Auch nicht schlecht. Eine schöne Erinnerung. Lege ich mal hier auch zur Seite. Hier sind auch mal Teile zur, oder hier ist noch eins, zur Station von den Micro Master. Das ist auch ein Teil zu Double Dealer. Das gehört zur Figur dann noch so mit. Ihr seht, hier ist eine ganze Menge interessanter Schlaffpaketen natürlich. Aerial-Bad-Waffen, diese konnten man auf den Arm stecken. So, und hier ist es auch interessant. Das sind, die gehören zu den Schläuchen, die ich euch schon gezeigt habe. Das sind die Spritzen, die Spritzen habe ich jetzt nicht hier, aber die gehören zu dem Optimus Prime und dem Diaclone Prime Trailer. Und wie ihr seht, ups, da fällt etwas um, die sind unterschiedlich. Das ist der von Transformers und das ist der von Diaclone. Interessante Unterschiede. Aber zu denen werde ich später nochmal kommen. Das werde ich auch auseinandernehmen nochmal. Diaclone, das ist Thema für ein anderes Video. Obwohl es kurz angerissen ist in Transformers More Than Meets The Eye. Das ist hier auch verlinkt. Hier nochmal eine Rückenkanone. Ich weiß jetzt gar nicht welche. Ich habe glaube ich hier fünf. Auch nochmal eine Pistole. Wo auch immer die gerade hingehört. Das Schwert von den Sea-Cars. So. Und hier habe ich jetzt Teile. Das werde ich mal sehen. Hier ist nämlich noch ein versteckter Roboter drin. Und den werde ich jetzt präsentieren. Und zwar ein Transformer, der zu Metroplex gehört. Und den baue ich jetzt zusammen. Gesicht, Brustpanzer. Leider angelaufen. Metroplex Kanonen oder so. Dienen als Beine. Seht ihr? Wird immer mehr zu einem Transformer. Seine Seitenkanonen, die sind beim Metroplex angesteckt. Und schon haben wir einen Transformer wieder. Auch sehr, sehr geil. Eine geile Idee. Hat nicht jeder gehabt. Das sind Teile von einem Ultra Pretender. Der kann sich in einen Hubschrauber verwandeln. Man muss das zusammenstecken. Hier habe ich das Schwert von dem Ultimer, der eine Batterie hatte und leuchten konnte. Das ist abgebrochen. Das ist eigentlich die Spitze eines Ausbaus von meinem Diaklon Optimus Prime. Das fehlt. Aber gut, dass ich das Ding finde. Lege ich mir auch gleich hier hin. Ist ganz wichtig, dass ich das behalte. Denn die Figur, ich habe sie noch nicht gefunden. Irgendwo ist sie. Und ja, die muss ich natürlich noch finden, weil ich möchte sie gerne noch mal kombinieren mit meinem Diaklon Packen. So, und jetzt seht ihr hier, diese Figur mit Pistole in der Hand hat er den Arm. Und das ist auch ein Auto, was bei Metroplex dabei ist. Es ist jetzt schade, man muss die Hände abnehmen und hinten draufstecken. Also hier haben sie sich bei dem Kleinen nicht viel Mühe gegeben. Der wurde dann einfach nur so verwandelt. Aber die, ja, an der Seite, also, es, man hat sich nicht viel Mühe gegeben dabei. Hätte man machen können, warum auch immer, ist auch eine kultige Figur. Kann man sich echt wieder so hinstellen. So, hier haben wir zwei Waffen. Die gehören zu Dreadwing und Darkwing. Nochmal zur Seite. Eine Antenne von Metroplex. So, und ihr seht, es lichtet sich. Und doch lichtet, weil ich muss auch sagen, ich kann nicht alles zuordnen mehr. Aber ich weiß so ein paar Teile über. Das hier und das hier. Also das beides gehört zu einer MicroMaster-Station. So, was haben wir denn noch hier schönes? Auch hier zwei Raketen mit einer MicroMaster-Station. Das ist die Waffe von Silverbolt und somit von Superion. So, was haben wir noch schönes? Hier sehe ich nochmal einen Motormaster. Auch wieder mit einem Logo drauf versehen. Einem Autobot-Logo. Wie ich sagte, stammt von den Sticker-Sheets. Passt doch perfekt. So richtig klein. So hätte man es nie malen können. Also in dem Sinne war das schon eine gute Idee. Es ist natürlich so, dass ich diese Sachen noch den Figuren zuordnen muss. Anders geht es nicht. Und das werde ich natürlich nicht in diesem Video machen. Ich werde jetzt auch den Rest nur auseinander nehmen. So müssen wir uns das zeigen noch, was da ein paar Highlights sind. Was mir so einfällt. Hier so ein Brustpanzer von Onslaut. Lieder der Combaticons. Hier auch nochmal ein Schild von einer Station, einer Battlestation von den MicroMastern. So, hier seht ihr Flügel. Decepticon-Flügel. Die gehören zu Starscream. Dem Pretender Starscream. Genauso wie das hier Heckflügel und Kanonen gleichzeitig sind. Das ist die Waffe eines Seacons. Diese Peitsche gehört einem Pretender. Motormasters Waffe. Und hier seht ihr schon, das ist Menasors Kopf. Das heißt, in dem Sinne ist das jetzt nicht, glaube ich, nicht als Menasors Kopf geplant. Aber ich hatte mal diese Sachen. Ich glaube, das ist eher, ich habe keine Ahnung, wen ich da hatte, wo ich mir das gedacht habe. Aber ich hatte das so in die Köpfe reingeklemmt. So, hier sind Fäuste. Das sind auch Fäuste von Menasor. Eine Kanone von einem kleinen Fahrzeug von den MicroMastern. Das lade ich auch nochmal hier hin. Ich werde ein paar Teile hier lassen, weil ich habe noch einen Karton auszupacken. Und zwar den mit den MicroMastern. Wo ich ein paar Zubehörteile brauche. Hier sind auch Kanonen, wo ich jetzt gerade nicht zuordnen kann. So doppelt, die man auseinandernehmen kann. Ich habe hier Raketen. Hier sind kleine Schwerte. Die gehören zu den Deluxe Insecticons. Hier habe ich von Laserbeak die Rückenteile. Die Raketen sind dabei. Eine Pistole, die ich jetzt auch absolut nicht zuordnen kann. Die auch nicht nach Transformers aussieht. Also manchmal hat man so Sachen dazwischen. Ihr habt ja auch gesehen. Ich habe von Captain Future den Motor dazwischen. Der nicht wirklich dazugehört. Auch hier nochmal so Gastteile. Und hier habe ich nochmal von einem eine Spritze von Prime. Ach nee, ich habe die da reingetan, weil ich nicht wusste, wie sie ist. Und das passt ganz gut. Kann man sehen. So, so gehört das. Und das konnte dann bei Prime in die Hand gesetzt werden. Und man konnte sozusagen auftanken dann die Figuren mit Energon. Das war so, glaube ich, der Gedanke dabei. Ich habe das andere, andere Spritze auch. Hier sehe ich zum Beispiel von meinem Knock-Off Grimlock. Ich schmeiße gerade die Waffe runter. So, sorry, ich musste einen kleinen Break machen. Mir war eine Waffe runtergefallen. Und dafür musste ich die Kamera weglegen. Also das war die Waffe von meinem, ja, Fake. Oder, ja, meiner kleinen Grimlock-Kopie. Und wie es so kommt, es gleitet auch einfach was aus der Hand. Und ihr seht, es sind hier eine Menge Waffen. Hier ist noch ein Schwert von Manasaur. Ja, hier noch ein Propeller. Der müsste auch zu, ne, der gehört zu dem Micro Master. Äh, es ist Hubschrauber. Pistolen. Von einigen Figuren. Das muss ich alles zuordnen. Hier sind auch nochmal Waffen von den Aerobuds. Seitenkanonen von irgendwelchen Fahrzeugen. Schilder. Ihr seht, das ist eine Menge Stuff. Und genau darum geht es eigentlich. Ich muss das alles zuordnen. Und das wird natürlich auch eine spannende Sache. Aber das werde ich natürlich nicht zeigen, wie ich jetzt hier wühle und die Figuren raussuche. Das wird es nicht sein. Sondern ich wollte euch mal einen kurzen Überblick dem Ganzen geben. Mit einer kleinen Panne zwischendurch. Wie dem auch sei. Da sind schöne Sachen bei. Ich muss zuordnen. Ich muss gucken, was wozu gehört. Das ist hier, glaube ich, auch die Waffe von, ähm... Äh... Ornslaut. Also wie gesagt, wem gehört was? Wo fehlt überhaupt was? Von meinen alten? Habe ich was verloren? All das will ich herausfinden. Und das wird... Ja... Eine Suche, die sich nicht nur an einem Tag beschränken kann. Dabei werde ich ein bisschen länger zu brauchen. Weil ich muss einige Nachschlagewerke sozusagen konsultieren. Um herauszufinden manchmal... Wozu gehört jetzt das? Weiß ich jetzt aus dem Kopf auch nicht. Weil es gibt auch sehr viele ähnliche Versionen. Und das muss man halt herausfinden. Oder auch diese goldenen Projektile. All das muss ich sehen. Habe ich vielleicht was doppelt? Bei ein, zwei Figuren habe ich doppelt. Wie jetzt hier auch bei den... Ähm... Ähm... Bei Laserbeak und so. Das wird sich zeigen. Aber das... Werde ich dir jetzt zu verraten haben. So. Das war meine Exkursion durch meine Waffenkiste. Mit einem kleinen Zwischenfall. Der jetzt ja auch gelöst ist. Mein Powermaster Optimus Prime kann jetzt sozusagen vervollständigt werden. Die Waffen... Kriege ich dir jetzt an die Seite. Und diese beiden Kanonen kamen nach oben. Das Einzige was jetzt nicht... Ist der Kopf passt. Weil der... Ich meine klar... Der wird später... Wenn er verwandelt wird, da drauf gesteckt. Ich stecke ihn jetzt nochmal showweise da drauf. Äh... Ich gucke gerade... Fehlt noch irgendwas dazu? Nein, das fehlt nicht. Also wie gesagt... Jetzt mal die Sonderverwandlung mit dem ausgeklappten Kopf. Die Kanonen stecken drauf. So ungefähr wäre er vollständig. Hier hinten ist ein kleines Fach hinten. Übrigens... Bei diesem Transformer... So ein kleines... Kann man aufklappen. Da ist nicht viel Platz. Da passt vielleicht klar ein kleines Auto rein. Hier hinten. Ich zeige es mal kurz. Und da habe ich sonst früher immer den Kopf extra aufbewahrt. Wenn er so in der Verwandlung war, habe ich da reingesteckt. Und dann... Naja... Zugemacht. Ist egal, mache ich das nicht zu. Aber da steckt er dann so drin. Und so konnte ich ihn immer missransportieren, wenn ich irgendwo unterwegs war. Ja... Dadurch, dass die ganze Station sich halt als Station verwandelt... Gab es keinen wirklichen Hänger mehr. Nicht so wie vorher, wo man wirklich kleine Autos reinstecken konnte. Oh... Diese Geräusche... Ich mache einen Angst. Weil, wie gesagt, die Figuren sind ihre 20 Jahre alt. 30 Jahre. 1990. Ja... Das war's. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ähm... Sagt mir gerne, wie ihr es gefallen habt. Indem ihr einen Kommentar abgebt. Wenn ihr ihn noch nicht abonniert habt, bitte abonnieren. Würde mich freuen. Ja... Ein Like, falls es euch gefallen hat. Fragen könnt ihr auch stellen. Ja, genau. Gedanken gerne runterpacken. Und wir sehen uns in einem weiteren Video. Ich freue mich, oder hoffe darauf, dass ihr wieder zuschaltet. Und bis bald. Das war's. Bis bald. Ich hoffe, das Sch Albanian. Wir sehen uns dann. Bis bald. Bis bald. 15 should Podium. Untertitelung des ZDF, 2020